Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen hier zurück bei einem neuen Part, ja klar, komm, Phantasial. Und ja, es geht jetzt hier weiter, wie versprochen. Jetzt hab ich nur nicht drauf geachtet, dass die Zeit jetzt weiterläuft und jetzt hab ich ein großes Problem. Jetzt muss ich alles hier schnell durchmachen, wenn ich das natürlich schaffe. Oh, what the fuck, das war knapp. Ja, ich denk mal, in 12 Sekunden schaff ich nicht, das Ziel zu erreichen. Oder, 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 oder? Nein, das klappt leider nicht. Time up. Ich hab vergessen hier, ich hab jetzt alles eingestellt, dies und das. Und dann hab ich erst gemerkt, ja, die Aufnahme ist ja noch, äh, die Aufnahme ist ja klar. Ähm, die Aufnahme ist ja noch hier am Laufen, ja. Da hatte ich halt Arschkarte, sehr große Arschkarte. Ja, aber ist nicht schlimm, wir machen einfach das Level hier nochmal durch. Nein! Oh nein, oh nein, oh ich dachte schon. Ja, und was sagt ihr eigentlich zu diesen, ähm... Zum Beispiel, ähm, Thriftjob. Okay, bestimmt jetzt jeder hier, von Mecklemore. Was sagt ihr dazu? Auf einmal ist das so ein Boom, ja. Der Hit war einfach nur mal in Schwarz. Boom, boom, bam, alle mögen's. Alle sagen, ja, jetzt Thriftjob hören. Ich find's eigentlich auch ganz okay. Also, es gibt schlimmere Lieder. Und, ja, aber was sagt ihr dazu, dieses... Massenanhören dann auf einmal? Plötzlich hört jeder dieses Lied. Oder Gangnam Style, oder... Ihr Harlem Shake. Was sagt ihr eigentlich zu diesem Boom einfach so? Das gab's doch früher nicht. Okay, früher, wenn alle auf Wiederzeit gab's, war auch Boom. Alle waren auf seiner Seite, alle waren wie verstrahlt. Aber, ähm, was sagt ihr dazu... Ach, komm, kack einfach oben drauf. Was sagt ihr eigentlich dazu, warum... Passiert so was? So, ich kenn ganz viele Leute, die mögen so einen neuen Shit gar nicht. Die mögen auch Facebook nicht. Die mögen gar nichts, was das... Was das neue Internet so bietet. Gar nichts. Na, nice. Muss ich mir einmal treffen lassen, damit ich überhaupt hier hochkomme. Scheiße. Ja, was sagt ihr dazu, ähm... Also, ich find eigentlich... Idiotisch, alles nach... Ähm... Also, bei jedem Shit sei hinterherzulaufen. Ich find's eigentlich total unnötig. Facebook, ja gut. Da bin ich zwischendurch mal und schreib mit meinen Freunden. Dies und das. Das akzeptiere ich noch. Da bin ich auch auf der neuen Seite. Da schreib ich jetzt auch nicht mal groß hier E-Mails oder was weiß ich. Oha. Da bin ich auch auf der Seite von den Neuen so gesehen. Bei den aktuellen. Ja, aber... So... Pff, Zwiftjob, sag mal so Zwiftjob hören. Bestes Lied ever. Mein Lieblingslied. Ich hab noch nie so ein geiles Lied gehört oder so. Das ist so ein Dreck. Das glaubt ihr doch kein Mensch. Ja, ich hab's geschafft. Ähm, das glaubt ihr echt kein Mensch, ähm... Dass du... Ja... Dass das sein Lieblingslied auf einmal ist. Du hast... Du kennst das Lied seit zwei Tagen und das ist immer dein Lieblingslied. Das kann... Das kann nicht angehen, nein. Finde ich total unnötig und unlogisch, dass ich mir... Wir sind jetzt im Ghost House hier. Das... Das finde ich einfach unangenehm, sowas. Das finde ich einfach nur unangenehm. Ähm... Sowas zu hören und zu lesen, da kriegt man wieder so einen Hals. Wie wenn man Mario spielt. Das wäre genau das Gleiche. Da kriegt man einfach einen Hals und dann war's das. Oha. Ähm... Ich werde jetzt erstmal hier speichern. Save Stat. Yes. Game. Save Stat. Yes. Ja, ich finde es einfach nur... Unnötig, unlogisch, dreckig... Und... Ja. Ich sage gar nichts dazu. Das ist mir einfach zu doof. Ich will mal wissen, was da hinten ist. Okay. Wie ich sehe, das Ghost House hält seinen Namen. Mit vielen Ghosts, mit vielen Geistern, ja. Oh, wie dreckig. Ich drück mein Kreislatte. Mein Controller ist schon ein bisschen Schrott. Ich weiß nicht, ob es vom Mario-Spielen kommt oder nicht. Aber... Wieso... Ich drück die Kreislatte, aber wieso reagiert er nicht? Und wieso ist der Abspann eigentlich immer am Anfang? Könnt ihr mir auch mal schreiben. Wieso ist der Abspann? Schon gut. Hersteller, ja. Super Spiel hergestellt. Auf jeden Fall. Will ich auch gar nichts gegen sagen, aber... Wieso... Oha. Wieso ist der Bepiste? Dreckige Abspann da immer. Das ist doch einfach... Wenn man Let's Play macht... Ja, okay. Ah, Lord... Game... Open State... Lord State... Ja, ähm... Wieso machen die halt diesen großen Vorspann? Wie wenn er noch aufregt? Er so... Oh, wieso... Wieso macht er das denn nicht? Wieso ist dies und wieso ist das? Wieso... Wieso macht er nicht einfach das Spiel starten? Dies und das? Das regt doch einen noch mehr auf. Sag mal ehrlich. Aber das regt doch ein... Oh nein. Ah, ich wusste, dass das nicht klappt. Ich lasse am besten nochmal. So. Ja, das regt er einfach nur auf. Das Spiel macht halt Fun, aber irgendwie finde ich auch irgendwie echt komisch programmiert. Was das zum Beispiel angeht oder so. Jetzt geht der eine richtig auf Eier. Jetzt zum Beispiel wieder. Jetzt kommt der Geist da rein. Schön und gut. Kann ich zum Beispiel oben gar nicht mal drauf springen. Der Geist blockiert das. Hier oben komme ich auch kaum noch drauf. Ich kann das mal versuchen. Ja, doch komme ich drauf. Ja, jetzt ist da oben wieder ein Geist. Der wird gleich wieder den Weg blockieren. Ja. Hätte ich jetzt aber keinen Pilz. Siehst du? Hätte ich jetzt keinen Pilz. Er hat mir jetzt schon hier abgekackt. Wegen so einem kleinen Pissgeister. Boah, ist das so? Ja, klar, komm. Fiegt mal aus, Junge. Lasst es sein. Wartet mal eben, Leute. Lasst es sein. Ich sag es dir. Nice. Fällt einfach hier. Meine Güte, dieser Hund, ey. Ja, komm. Kacken. Meine Güte, ey. Der regt auf. Er hat falsch schon bei mir gebellt, wo ich kam. Meine Güte, ey. Der regt einfach manchmal nur auf, der Hund. Ja. Heute Frühlingsanfang. Was ist am Frühlingsanfang? Schnee. Ja, klar. Super. Oha. Oha. Tschüss. Ja, das regt einfach auf, ey. Das Wetter, das macht einen schlechte Laune. Dann kommt Mario hier vorbei und macht einen schlechte Laune. Wenn man irgendwas nicht packt. Oha. Oh, guck mal. Das zum Beispiel. Wieso rutsche ich hier runter? Was die Physik eingeht, ist doch irgendein... Oha. Komm, der speichert mir mal. Safe Stat. Yes. Oha. Ich hab halt abgekackt schon. Ja. Oha. Was für Bälle, ey. Was für Bälle. Oha. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Oha. Du, 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 du. Wie soll ich da drüber kommen? Sag das mal bitte. Wie komme ich da drüber? Da muss er doch schon groß sein. Ja, klar. Ne. Open State. Yes. Das mache ich nicht nochmal. So. Jetzt bin ich zum Beispiel klein. Guckt euch das an. Wie komme ich da raus? Wie komme ich da raus? Ne. Ich verstehe dieses... Ich verstehe dieses Spiel nicht. Open State. Yes. Fickt euch. Fickt euch. Fickt. Boah. Ich könnte kotzen bei diesem Spiel. Und ich könnte einfach nur kotzen. Boah. Ich komme da nie wieder raus. Ich komme da nie wieder raus. Guckt euch das an jetzt. Guckt euch das mal an. Wäre ich fast wieder abgekackt. Obwohl ich alles richtig gemacht habe. Obwohl ich alles richtig gemacht habe. Guckt euch das mal an. Wieder mehr auf die Pelle rückt ihr. Wie so ein Stalker. Geht's da auch. Guckt. 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 Da. Ich habe kaum noch Freiheit hier. Ich muss immer noch springen. Guckt. Boah. Halt's doch ab. Wieso. Wie krass hast du da nicht. Boah. Ey. Also bin ich so blöd wegen zu springen. Boah. Das regt mich auf. Das Spiel. Guckt. Da muss ich wieder springen. Da muss ich wieder springen. Jetzt bin ich wieder hier. Daran gebunden hier wieder zu springen. Dann kommt man hier fast gar nicht rüber. Alter ey. Wollt ihr mich verarschen? Sag mir jetzt nicht. Ich bin wie. Ich bin zurück. Nein. Och nein. Bitte sag das mir nicht. Dass ich jetzt hier. Oh nein. Nein. Bin so gesehen zurückgelaufen. Och. kackt doch die Wand an ey. Geil. Und blasen von vorne. Also. Ja. Das war jetzt richtig zweideutig. Mega zweideutig. Und klar. Und klar. Ne. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es einfach nur. Boah ey. Wieso muss ich jetzt schon wieder den ganzen Kack zu Ende machen? Ich hab's gerade geschafft. Gerade eben. Nein. Die Tür war dazu da. Dass du da durchgehst und dann... Boah ey. Da kann ich kotzen ey. Komm. Geh rüber hier. Meine Güte ey. Na. Okay. Ich zu viel. Wieso muss ich das mit dem Blasen nochmal machen? Klar. Klar. Aber wird wieder. Boah. Ah. Von den Eiern. Oh. Von den Eiern. Boah. Ich kann kotzen. Wieso. Wieso bin ich da reingegangen ey. Boah. Ich kann kotzen. Ah. Jetzt tun meine Eier auch noch weh ey. Oh. Scheiße. Wieso. Wieso kommt er denn jetzt von da ey. ey. Ne. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Echt. Ich werde danach nie wieder zocken. Nie wieder. Nie. Wieder. Boah. Boah ey. Boah ey. Warum ist das so pervers schwer? So. 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 Jetzt hier rüber. Jetzt hier auch nochmal rüber. Jetzt hier rüber springen. Jetzt da rüber springen. Bis oben rüber. Jetzt da nicht rein. Jetzt hier weiter. Wollt ihr mich wirklich verarschen? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Woher geht's denn jetzt hier? Hä? Na ja. Scheiß drauf, scheiß drauf. Na ja. Ich weiß auch nicht. Ich muss mal gucken. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüssi. Li. Li. Yeah.